Mehr als sterben können wir nicht und das werden wir auch, das weiß ich. Okay, hier durch, dann hier durch, dann hier schnell durch, dann hier vorbei, dann hier schnell rüber und uff. Also dafür, dass ich hier ein Leben nur noch habe, spiele ich hier schon riskant, muss man ehrlich sagen. Scheiß drauf, Hauptsache wir kommen durch irgendwie. Und rüber! Okay, jetzt kommt die Scheiße, jetzt passt auf. Jetzt kommt der Big Fire Stick. Ich hasse diese Stelle hier, ich weiß nicht warum, vielleicht weil sie so gemein ist. Und rüber. Und jump, 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 jump. Oh Gott, wir sind bei Bowser, wir sind bei... Hä, es geht schon los. Ich habe gerade gesagt, dass es ausgeht! Nein! Nein! Mario! Was tust du da? Bitte Game Over. Das gibt's doch nicht. Jetzt komme ich so schnell in Welt 5.1 und jetzt habe ich schon länger in der Welt 5 gebraucht, als überhaupt hier hinzukommen. Ich kann einfach nicht mehr Mario Brothers spielen. Es ist offiziell, ich kann einfach kein Mario Brothers mehr spielen. Bleib weg! Bleib in Ruhe. Habt ihr den getan? Doch, weil ich eigentlich will ich die töten, aber das ist auch gut. Ey, ich sag's euch, das ist unglaublich. Unglaublich, ey. Aber ich hab's euch gesagt. Welt 5 und wir sterben. Es war so offensichtlich. Öffensichtlich. Äh, ne, wir gehen weiter. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Mann, oh Mann. Und noch ein Paracooker und tschüss. Also, Welt 5.1 geht ja jetzt schon. Welt 5.2 sollte auch gehen. Aber in der Welt 5.3 fängt's halt an mit diesen Sprüngen. Aber jetzt schauen wir mal. Vielleicht versage ich jetzt auch auf ganzer Linie in Welt 5.2. Das könnte schnell passieren. Ich muss zwar auch noch ein bisschen mit der Steuerung klarkommen, aber das ist halt auch keine Ausrede, leider. Das ist nur eine billige Ausrede, die mir kein Mensch glaubt. Das ist halt das Problem. Und jetzt kommt, jetzt ist es super. Du bist ein Irrer, Mario. Weißt du das? Ich schick dich echt in die Klapse. Ey, ohne Witz. Oh Gott, Hammer, Bruder, Hammer, Bruder. Nein! Au! Hammer in die Eier. Wie weh tut denn das? Boah, so ein Hammer will ich nicht in die Eier. Ah, ja, ja, ja. Oh mein... Tot. Das ist genau das, was ich meine. Ich rede jetzt so, ich kann die Welt 5.3 super toll. Und dann plötzlich versage ich auf ganzer Linie. Es ist so. Es ist normal. Wenn ihr im Let's Play irgendwie sagt, ich kann die Welt die locker und so und so. Ja, das kann ganz schnell anders aussehen. Oh, ich bin Mac. Ich bin Mac von diesem Dreckshammer, Bruder. Egal, noch ist hier nicht alles verloren. Noch ist hier nicht alles verloren. Noch habe ich ein paar Leben. Noch lebe ich. Noch lebe ich. Noch ist hier nichts mit Game Over. Deswegen... Oh mein... Natürlich, natürlich. Macht das... Okay, und hier rüber. Und jetzt weg, 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 weg. Gar nicht erst nachdenken. Weg. Einfach weg. Pilze aktivieren und nicht nehmen. Das ist immer das Beste. Immer dem... Ich glaube, ich muss gleich schon mal eine Pause einlegen, bevor ich weiterzocke. Das ist ja... Das ist ja Ablo... Oh, oh, oh. Was warst du? Ey... Wir sind... Noch nicht Game Over. Wisst ihr was? Ich mache eine Pause. Und wisst ihr, woran ihr das merkt? So. Daran werfen wir es. Toll. Geil. Und ich pausier kurz und ihr werdet nichts davon merken, aber ich brauche ne Pause. Bis gleich. Joach, wenn ihr sie gemerkt. und wir sind wieder da und es wird schon wieder Zeit zu sterben irgendwann jetzt aber so also wir sind gestorben und wir legen von vorne und gehen wieder sterben so also 51 was soll ich sagen ich hasse für einen Verein ich hasse für einen Verein und zwar wie die Peste warum rennst du eigentlich nicht Mario du sollst schon einen weiten Sprung machen und nicht irgendwo irgendwo ein Sprung ja ich sag so ich hab mich jetzt mal kurz ein bisschen wieder beruhigt von diesen Fails zweimal kurz vor Bowser mit einem Leben ähm also ich bin da echt schockiert warum bin ich so schlecht in Mario egal jetzt halten wir alles auf stopp 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 du Idiot ich bin so doof Mario hey bisschen doof also weiter und hier stopp 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 okay okay und jetzt Sprung und rüber und nein und nicht rein in den Kuh ey ich komme jetzt ich komme gerade nicht mehr über 5.1 gerade hinaus wie peinlich ist denn das Mist da wie dumm ist das ich kann nicht mehr spielen ich bin schlecht geworden okay Pflanze hau ab und wir gehen nicht in dein Bonus Game einfach nur aus Protesten so ich springe in die Kugel ja und tot ich will einfach nicht mehr das gibt's doch nicht ey warum versage ich so auch dort ey das gibt's nicht ey gibt's doch nicht äh was soll ich denn machen was soll ich denn machen was soll ich denn machen continue und dankeschön so ein guter Schluck Bier kann jetzt brauchen aus Alter also okay es geht länger ich brauche wir müssen gut werden okay also wir werden mir gut in Mario Brothers ähm mit dem wir nicht Peter aber ist mir egal also Sprung und nein nein ähh wisst ihr Es ist blöd. Ich möchte schnell machen. Ich will schnell durch diese elende Welt, aber ich sollte nicht schnell machen, weil ich dann sterbe. Es ist... Es ist... Ich kann das nicht so erklären. Es ist so merkwürdig. Egal. Egal. Wir versuchen es einfach weiter. Wir versuchen jetzt mal hier ein bisschen Tempo zu machen. Nur ein bisschen. Nicht viel. Ein bisschen Tempo. Es muss einfach ein bisschen vorwärts gehen. Also wir haben schon mal Welt 5.1. Okay. Welt 5.1 hat jetzt geklappt nach einem Tod. Gut. Okay. Jetzt ist die Frage, wie weit kommen wir beim Rest? Und ich glaube, genau da werden die Probleme jetzt anfangen. Mit diesen scheiß Hammerbrüdern. Und den Kugelwillis und den Sprungfädern und... Und da fängt es an. Oh mein Gott. Ich habe überlebt. Ich weiß nicht wie... Ich weiß noch nicht warum. Ich habe es einfach überlebt. Und als nächstes Mal, Bruder, ich bin weg. Okay. Wisst ihr, irgendwie habe ich jetzt gerade so eine... Und ich starte am Anfang... Nein, ich starte bei Gugelwillis. Gut. Okay. Okay. Doch. Ah, der Pflanze. Weg, 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 weg. Und hier rüber, 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 rüber. Und anhalten. Und hier den Pilz nehmen. Wir brauchen den Pilz. Also, ähm, das habe ich jetzt schon festgestellt. Ohne den Pilz bin ich ziemlich aufgeschmissen. Und ich bin froh, dass ich den Pilz hatte. Aber jetzt habe ich keine... Jetzt darf ich nicht mehr getroffen. Nein, 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 nein. Nicht vor dem Ziel. Warum vor dem Ziel? Ey, das gibt's nicht. Oh, ich hasse dieses Spiel. Ich hasse es. So ganz im Herzen. Na gut, das Spiel eigentlich nicht. Das Spiel ist gut. Aber dieses Dreckslevel. Ich hasse es. Dieses Level macht mich doch wahnsinnig. Mit den ganzen Gugelwillis. Und Hammerbrüdern. Und Kacke. Doof. Und Koopa. Und nein. Und ich bin dem Pilz schon mit der Hose. Und hoch, hoch, hoch. Und nein. Nicht runter. Nicht runter. Mario. Mario. Ich drehe noch durch. Game over. Again. Hey, wenn das so weiter geht, dann kann ich schreiben. Äh, let's play World 5-1 of Super Mario Brothers. Ey, ohne Witz. Und jump. Und jump. Und jump. Und jump. Und jump. Und dahin. Und hoch. Und sterben. Und gut. Ja, sterben gehört dazu. Wisst ihr. Boshy ist schlimmer. Boshy ist schlimmer. Immer im Hinterkopf behalten. Boshy ist schlimmer. Unfairer. Brutaler. Immer im Hinterkopf behalten. Dann überlebt sich's besser. Äh, okay. Oh, ha, ha, ha. Der dumme Kugelwilli. Diesmal hast du mich nicht gekriegt. Und rüber. Oh, yeah. Wir haben Welt 5-1 durch. Und jetzt sterben wir. Again. Wisst ihr, das komische ist, man baut schon Skills auf, wenn man's öfter spielt. Aber wenn ihr dann Game over geht, während ihr dann so richtig gut dabei seid. Und dann wieder nur failt. Durch due lack of Skills. Wisst ihr, das kann schon frustrierend sein, irgendwie. Egal, weiter. Mario, komm. Oh, nee, 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 nee. Relax. It's just a game. Freaking hard game. But it's just a game. Nothing too special about it. Oh, das... Ich komm mir so dumm vor, grad, irgendwie. Ich komm mir so doof vor. Da is'n Pilz. Und ich nehm nicht. Ich verreck die ganze Zeit. Und warum hast du eigentlich, wenn du tot bist, ein Hammer geworfen? Was bist du denn? Du für ein Dreckscheater. Ich werd's tot. Aber ich hab überlebt. Juhu. Und, äh, oh mein Gott. Was überlebt man hier? Weg, 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 weg. Mario, wir bleiben jetzt da weg. Okay, lass dich sterben. Lass dich sterben. Die müssen sterben. Die haben's nicht überlebt. Okay, und hier hoch und den Kumpel und... Oho! Ich hab das Gefühl, das kommt auf mich zurück, irgendwie. Ne? Ja, das könnt jetzt mal... Leute, nein, 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 nein. Nicht, nein, nein. Nichts scheiße. Und jetzt in aller Ruhe, Mario. Mario, in aller Ruhe. Wir wollen hier nicht sterben. Ganz vorsichtig. Und wie sie aussieht... Wir haben die Welt 5.2 durch. Zwei Welten verbleiben. Die Hälfte ist geschafft. Warte, warte, warte. Okay. Okay. Welt 5.3. Die Welt mit den meisten Fails bei mir. Okay, komm. Okay, ja. Und... Äh, Gumba ist tot. Und Kugel, wie liebe mich. Ja, oh, oh, willkommen zu einer Feuerblume, sehe ich gerade. Oh, mein Gott. Das zweite Mal in dem Spiel, dass wir jetzt überhaupt mal eine Feuerblume sehen. Hey, yeah, 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 ich kann schießen. Oh, ja. Jetzt wird das Spiel schon deutlich einfacher. Naja, eigentlich wird es wahrscheinlich noch schlimmer, aber das kann mir jetzt egal sein. Oh, Gott, das wird noch schlimmer. Ähm, Kugel Willi, du kamst jetzt gerade höchst... Oh, einen gelegenen Ufer. Genau. Wir gehen nicht unter Kugel Willis durch oder sowas, die zu hoch sind. Nein, wir springen dann über Kugel Willis. Selbstverständlich. Wir sind Super Mario. Wir dürfen sowas, genau. Und Welt 5, 3 durch. Und wir haben noch ein paar Leben. Das ist das Gute. Vielleicht wird es ja jetzt was. Endlich. Mit dem Bowser besiegen. Vielleicht. Irgendwann mal. Und Welt 5, 4 mit 3 Leben. Das muss doch zu machen sein. Komm, Mario, das müssen wir doch können. Vielleicht. Vielleicht. Irgendwie. Irgendwann. Und jump. Und durch. Und gut. Und jetzt auf die Bleib. Nein! Was ist denn du? Was war denn das jetzt? Ey, komm. Jetzt denkst du schon, oh, ich komm voll gut durch. Das ist eine Focke. Ich sterb lieber. Ey. Gibt's doch nicht. Und ich bin. Ich bin doof. Und schon wieder haben wir eine klassische Situation. Ein Leben und die letzte Welt. Das ist natürlich sehr aufgräulich für mich. Und nein, ich hol mir nicht diesen Block. Aus dem einfachen Grund nicht. Wenn ich mir den hole, werde ich sterben. Das sag ich euch gleich. Wenn ich mir den Block hole, dann sterbe ich. Easy. Ganz einfach. Mehr muss ich nicht sagen. Und jump da hin. Und was sind wir? Wir sind tot. Zum eine Millionsten Mal. Einen Versuch noch. Und dann habe ich keinen Nerv. Nein. Einen Versuch noch. Ah, letzter Versuch. Letzter Versuch. Fünf Leben. Schaffen wir vielleicht. Vielleicht auch nicht. Ich tippe auf nichts. Also. Hier rüber. Okay. Wie gesagt, die Welt 5.1 geht im Prinzip geht sie. Weil die ist jetzt auch nicht so schlimm mit diesen Hammerbrüdern. Das ist jetzt noch erträglich. Aber ab 5.2 wird das Ganze schon richtig eklig. Da kugeln wie dies überall Hammerbrüder. Überall. Einfach nicht zum Aushalten. Okay, Mario. Jo. Und jetzt Superjob. Komm. Ah. Und rüber, rüber. Und damit war's das. Damit war's das. Wir haben's geschafft. Und. Gut. 5.1. Ein Ergebnis, das schon mal okay ist. Und jetzt kommt 5.3. Jetzt kommen wir zur Welt 5.3. Also. Lass mal schauen, wie weit wir kommen. Vielleicht kommen wir rüber. Vielleicht kommen wir rüber. Das wird so süß. Nein, Mario. Jo. Äh. Mario. Wenn ich das noch einmal von dir sehe, dann kriegst du aber so richtig freundlich einen in die Fresse. Aber richtig. Und Hammerbrüder macht uns klein. Nö. Macht er nicht. Okay. 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 Komm rein. Ö. Das ist noch ein Bruder, der mich klein macht. Scheiße. Das wird noch besonders scheiße jetzt. Wir sind jetzt wieder in der üblichen Situation. Klein und bei den Hammerbrüdern. Geil. Toll. Freut mich. Ich hau ab. Und. Ö. Über euch drüber. Und den Pilz. Und jetzt. Nein. Oh. Das war knapp. Das war richtig knapp. Und. Bam. Okay. Wie sieht's aus? Wir nehmen jetzt. Oh. Mario. 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 Was machst du für scheiße, Mario? Da hätt man echt mal. Ich wär fast gestorben. Hallo? Und hier hin. Und jetzt hat Adler von drüber. Okay. Es fängt wieder. Es läuft wieder gut. Aber wie läuft denn vier. Fünf. Das ist die andere Sache. Meine Güte. Okay. Welt 5. Welt 5.3. Wir legen los. Und wir kommen schon mal fort. Wir werden klein. Okay. Heute. Nächsten. Vorher. Blut. Ja. Ich rede manchmal wirklich so leise. Weil ich halt's nicht mehr. Oh. Ich hab kein Pilz. Ich bin so tot. Ich bin so was von tot. Es reicht nicht. Es reicht nicht. Es geht es nicht. Welt 5.3. Aber wir sind schon mal am Midpoint. Das ist schon mal ein gutes Zeichen, dass wir eine Chance haben. Bauer vielleicht mal so richtig freudig in die Ohren. Eier zu tappen. Ja. Ich wollte eigentlich die Fresse schlagen. Aber das hab ich schon gesagt. Deswegen sage ich. Okay. Wie sieht's heute aus? Oh. Ey. Wie sieht's heute aus? Wie sieht's jetzt aus? Oh. Oh. Wir haben Welt 5.3. Durch. Wir haben noch drei Leben. Okay. Jetzt muss ich mich echt anstrengen. Sonst hab ich ein Problem. Sonst hab ich ein richtiges Problem. Okay. Okay. Nochmal alles. Nochmal konzentrieren. Und los. Hallo. Tot. Alli. Ich bin nicht alle. Nein. Ich kann nicht spielen. Ich kann überhaupt nicht spielen. Der Idiot springt aber auch nicht. Also, ich hab noch zwei Versuche und ich sterbe schon am Anfang. Das ist jetzt echt Oberbein. Ich komm von Bowser, komm sonst was gerade und du so sterb. Und jetzt renn Mario drüber und hierhin. Okay, jetzt vorsichtig. So, hierhin. Okay, warten bis die Blattwarten. Nein! Was war das gerade? Das war ja ultra knapp hier gerade. Und rüber, okay. Wir sind kurz vor Bowser. Wir sind kurz vor Bowser. Wir haben die Chance, es zu schaffen, wenn wir uns jetzt anstrengen. Oh, Bowser, du kleine Ratte. Bowser, du bist so eine kleine, dumme Ratte. Und, und? Ja! Wir haben sie! Welt 5 hier ist geschafft! Und, ist die Prinzessin hier drin? Ihhh! Fünf Toads, das ist ja ekelhaft. Das ist beim Gangbang in den Beutel. Das ist ja ekelhaft. Äh, ich hasse Toads, ich hasse Toads wie die Pest. Wir sind Welt 6,1. Okay, okay, wir, jetzt, wenn wir jetzt hergehen, dann beende ich. Hey, wir haben noch einen Vollschritt erreicht. Oh yeah, wir haben gewonnen! Naja, eigentlich haben wir schon nicht gewonnen, aber, ja. Okay, vorwärts, komm, jetzt Mario, jetzt rennen wir hier durch und wir bleiben stehen. Weil wir es nicht können. Und, achso, man kann die Lakitu, achso, man kann die Lakitu töten! Achso? Oh, ach, das ist schön zu wissen! Immer schön zu wissen, was kommt noch für Scheiße! Oh, 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 das könnte... Ist das das Ende? Oh! Ey, Welt 6,1 durch! Okay, die war jetzt aber eigentlich okay. Da waren keine Gegner eigentlich. Oh, sie da Lakitu, die wir gekillt haben. Das geht eigentlich. Hm. Okay. Wir haben Punkte gemacht, ähm, warum nicht? Welt 6,2 wird jetzt wieder bescheuert. Ich weiß es. Ich weiß es. Es wird sche... Genau! Haut mir die Masse, ich hab dran schon dran. Ja, natürlich. Okay, also hier sollte ich mich nicht zu arg beeilen. Hier ist echt Piranha Day! Ne, machen wir. Aber, ähm, ich hab mich jetzt halt wirklich viel aufgeregt. Ähm, ich weiß nicht warum. Egal, wir sind in Welt 6 gekommen. Wir gehen auf Save & Quit. Und ich würde sagen, das war's für heute vom Let's Play her. Vielleicht kommt noch Boshi, ich weiß es nicht. Lass uns überraschen. Und dann würde ich sagen, äh, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Mir macht das richtig Spaß, wenn ich mich jetzt gerade aufrege bin, Welt 5,2. Was wir schon machen? Ähm, und dann würde ich sagen, wir sehen uns das nächste Mal dann wieder. Bis dahin, macht's gut. Alles, alles, euer 33. Ähm, 33.